Der Canale Grande ist der größte Kanal in Venedig. Der Italiener sagt Canal Grande. Ich nenn ihn aber Canale Grande. Klingt einfach italienischer. Das bin ich. Mein Name ist Hemmerle. Herr Hemmerle. Ich weiß, so heißen viele. Aber wenn alles anders gelaufen wäre, würde ich Goldoni heißen. Signore Goldoni. Ich lebe gerade in Trennung. Meine Frau allerdings auch. Immerhin eine Gemeinsamkeit. Sie will ihren Mädelsname zurück. Es gibt aber sicher auch noch andere Gründe. Braucht mich ja alles nicht mehr zu interessieren. Vorteil ist, ich bin wieder zu haben. Nachteil, ich muss halt auch selber wieder gucken. Ich habe da so einen Mantel wie der vom Humphrey Boggart. War Zufall. Der hing in einer Umkleidegarderobe. Hat fast passt. Waren sogar noch Schlüssel drin und ein Geldbeutel. Den Schlüssel habe ich natürlich rausgelegt, weil der passt ja bei mir in kein Schloss. Mit dem Abschließen bin ich vielleicht ein bisschen nachlässig. Aber erstens habe ich meinen Schlüssel verloren. Und zweitens warte ich drauf, dass mir mal jemand mein Fahrrad klaut. Sonst habe ich kein Grund ein Neues zum Kaufen. Weil das Alte ist ja noch in Ordnung. Ich kann zwar kein Italienisch, nimm mir aber morgens trotzdem gern eine italienische Zeitung mit. Da stehe ich ganz anders da. Und die liegt auch vom Design her extrem gut in der Hand. Immer wenn du es nicht denkst, schlägt das Schicksal zu. Tamara. Ich glaube, sie heißt Tamara. Jedenfalls hat sie einmal reagiert, wie ich sie so genannt habe. Sie hält mich für einen Inhalt jener. Hier schaffe ich. Ja, was heißt schaffen? Hier übe ich meine Tätigkeit aus. Ich fülle aus, aber es füllt mich nicht aus. Und dann schnappe ich mir ab und zu mal näherher so einen Ladendieb. Wobei in einem Möbelhaus, da kommt nicht viel weg. Welcher Gauner klaut schon eine Eckbank? Das ist mein Chef, der Kimmerle. Mit meinem Chef gibt es oft Probleme. Wie? Wo? Er ist ein bisschen nervig und hat keine Ahnung. Aber man darf es ihm nicht sagen. Ich würde ihm total gern bei der Geschäftsleitung ein bisschen unterstützen. Aber es ist, als ob wir unterschiedliche Sprachen sprechen würden. Nuschel ich. Sie sollen sich raushalten. Die Sache ist zu groß für Sie. Kapiert? Ja gut. Ich würde doch fragen dürfen. Auf jeden Fall kann ich es nicht ausstehen, wenn einer bestimmen will, bloß weil er der Chef ist. Im Möbelhaus treffe ich die unglaublichsten Leute. Vielleicht ist er nicht der Echte. Lieber eine Imitation vor Ort, als das Original irgendwo im Nirwana. Meine Mutter ist unter Kurzzeitpflege. What's her name? Waltraud. Aber es ist ihr Mädchenname. Jetzt heißt sie anders. Ich sage einfach ein paar Mal zu ihr. You have to take care and offer. Ja, und auch wischen. Alles. Ich mache jetzt alles. Staubsaugen. Weißt du? Äh, gehst du mit raus? Ja. So, go up, boy. Na ja, klar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Der Vorteil an Online-Dates ist, du kannst ein fremdes Profilbild verwenden. Nachteil? Das können die anderen halt auch. Berit. Mein Name ist Helmer. Helmer, du auch. Das ist das erste Mal, dass ich so als Wache. Normalerweise lerne ich Männer immer irgendwo auf der Straße kennen. Also das ganze normalen Leben. Aber sie hat mir das leider überhaupt kein Glück gebracht. Da wird es nicht so, dass ich keine Männer kenne. Ich weiß nicht, was ich auch verabredet habe. Ich sage den Ring immer noch. Wofür lieb ich meinen Mann noch weiterhin. Aber Männer verlassen mich immer. Ich weiß überhaupt nicht. Ich zum Beispiel tue mal eines, mein Mann, das ist glücklich. Er ist bei mir geborgen. Er kann sich bei mir rufen. Er hat eine Art von... Liebe Susanne, ich bin sofort wieder da. Bleiben Sie kurz. Ich muss nur kurz... Natürlich. Es ist doch beruflich. Okay, Hauptsache Sie kommen wieder. Gut, alles klar. Musik. Musik Der Humphrey hat die Frauen auch nie gekriegt und wenn er sie gekriegt hat hat er sie nicht wählt er ist ein einsamer wolf 280 280 die können die eigentlich hallo ich soll hier 280 für ein fahrrad sein das ist mir scheißegal für ein fahrrad das kann ich ja wild irgendwo parken nein nein das mache ich nicht das kommt überhaupt nicht in frage ich zahl keinen 280 für ein fahrrad wo ich genauso gut hinter heim lassen können das ist mir egal das ist mir sogar scheißegal er ist ein einsamer wolf seien ein einsamer dachs ein eicherlchen ja oder halt irgendein vieh das einsam ist und einen trenchcoat anhat tamara ich glaube sie heißt tamara vielleicht hat sie auch luisa larissa lulu oder was weiß ich wie soll ich mir diesen namen merken ich sag tamara aber ob sie so heißt weiß ich nicht und die ungewissheit macht mich fix und fertig ich verstehe gar nicht was will die von mir ich mein ich könnte ihr onkel sein wenn ihr vater einen jüngeren bruder gehabt hätte ich habe mehrfach im café einen schirm liegen lassen vielleicht läuft mir eines tages nach und bringt mir alle zurück schirm auf schirm auf ich ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020